Es wäre schön, wenn sich in Deutschland durchsetzen würde, dass man möglich auch am Tag immer ständig mit Licht fährt, auch Pkw sind nicht der Motorrad. Ich hätte definitiv ein paar weiße Haare weniger gemacht. Allerdings, scheißegal. Kili, einfach nicht. Guten Morgen. Heute ist... Welcher ist denn heute? Ja, welcher ist denn heute? Heute ist Montag, der 12.10. und das ist mein Geburtstag. Außerdem der erste Urlaubstag. Schön hier, wa? Ich bin in den Uga-Markt. Ich musste allerdings erstmal eine kurze Pause einlegen. Weil ich konnte ja nicht damit rechnen, dass ich so lange im Stau stehe, dann weiterhin so langsam vorwärts komme. Und der ganze Kaffee, jetzt wollte er alles wieder raus. Ich musste so dringend Pipi. Naja, und der Hund war so tapfer. Die mag ja Autofahren nicht, die Kleine. Ich habe gedacht, komm mal, stopp. Hilft uns beiden. Boah, ist das schön hier. Hi, Mann. Ich hatte gerade folgende Idee, dass jeder, der per Snapchat ein Bild mit Geburtstagsgrüßen sendet, in meine Snap-Des-Tages-Rubrik hier im Blog auftaucht. Also, wenn welche gekommen sind, dann sind die jetzt zu sehen. Vielleicht geht's noch mal, oder? Ich hab cannot mit淚-Des-Tages-Rubrik hier im Blog. Dann habe ich auch mit mir auf gleiche geprägt. Und dann, da bin ich selbst ein, aber. Ich habe mich glasen und zwar die Schwestern mit benef McConnell in einem Fluch. Ich habe mir doch mal sehr glasen. Das war, mit mir doch recht gut. Ich habe mich glasen undконan understanding, dass jeder in den Bluch struktur in dem Bild wird. Wenn ich gehe bin, dann über die Zeit, in meinem Bild, warum ich mich glasen. Ich habe mich glasen, um ein Bild von mir zu sehen und besuchen. Ich habe mich glasen und schochen. Ach, wie schön ist es noch in der Uckermarkt und so geiles Wetter. Jetzt wollen wir die Polizei. Dann können wir was zum Glück gleich bekommen. Komm, sieh ich jetzt. Super. Hier bleiben. Hier, hier, hier. Ab. Na, komm hier. Tag. Oh, ja spät. Mein herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Dankeschön. Vor allem in der Gesundheit, als würde ich es selber wünschen. Ja. Dener Maus. Ja. Ist deine Schwester schon begrüßt? Ja. Wartet, ich lasse euch raus. Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da auf der Kaut schlägt. Ja, wer ist da? Was ist denn los hier? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hehehehe Na? Na? Na, mein großer Herz, viel Glückwunschel, alles, alles Gute und viel Gesundheit und viel Glückwunschel Dankeschön Gib alles, dann mach nachher auch wieder zu Dena, guck mal, hier ist auch Da ist auch Ey, Scheiße Ne? Sag's gar nicht, ich muss ja schon auf die Wiese Nur einmal kurz, hast du? Und, hast du, hast du, hast du, hast du? Hast du, hast du jetzt für einen Futterapparat geholt? Ach, mein lieber Gott Was machst du jetzt? Hehehehe Nehmen ein Stück, ich verstehe das Wort, oder? Also nicht Hehehehe Guckst du da? Das ist noch Ich hab den gehoben so Ne, ich bin fast im Kröberprötz, was er rübergefasst, reicht ja Das arme Vieh, wenn du das was essen Guckst du, wie süß der ist Hehehehe Aber Mario, guck an, hier sind diese ja alle so ne Weißrunden Ja, ich hab vorhin schon zu gucken gesagt, die sehen fast aus wie sie Ja, guckst du an, alle so ne weiße Flecke, so weiße, so schwarz an Guck mal der hier, ne? Der Fennig ist auch groß, oder? Nicht, man, nicht auf Völfjord Hey! Oh, der hat dann genommen Ne, ne, lass mal zu mir das Ihr seid ja alle da Tschüss Oma Dankeschön Bitteschön Sei lieb Ja Immer Ja, ne, ich geh immer wieder auf die Füße hingefallen Mein herzlichen Glückwunsch alles einstieg Ich geh immer wieder auf die Füße und ich geh immer wieder auf die Füße Wie viel diese Öffnung der Rechte Man und nachgehen Ich hab das in der Füße Ich hab diese Geime Und ich hab das in der Füße Das war die Füße Man und nachgehen Man und nachgehen Und wir haben immer wieder auf die Füße So, ich gehe einfach Ich kann es ruhig abfüßen. Nee, guck, da lässt du nicht. Ja, du, 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 du. Oh, Mayo, die ist zu. Ey, die ist fertig. Guck mal, hängt die noch runter. Denn da ist Knoblauch dran. Das kann ich jetzt nicht. Aber das ist die Gemüse. Ne, das ist die Gemüse, da sind aber schon ein paar Wanden dran. Ach so. Da ist schon ein paar dran. Stärzige Klingfeier. Hier siehst du die kleinen Schiengestöcke. Die kleinen roten Öffnen. Das schmeckt so lecker. Das schmeckt so lecker. Da haben wir die Filetkappe hier von... Mutti konnte ich eben nicht verkneifen und musste erstmal kosten. Mhm. Ich sag, wo ist die Käsesauersauce? Ja. Der Upload läuft... ...vom... ...Blog 58... ...vom... Äh, ne... ...ja doch... ...58 vom 9.10. ...da und ist in der Schrank. Genau, das schmeckt so... ...die Aten. ...mache das ist ein Objekt. Ja, lass mir, ist egal. Auf jeden Fall fehlen noch ein paar Vlogs. So, mein Geburtstag fast rum. Schön war's. Doch, heute Nachmittag bei Oma, schön Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Ja, zum Abendessen. Wir waren doch nicht essen, außer in verschiedenen Gründen, sondern haben uns hier was leckeres zu essen gemacht. Meine Schwester hat Nudeln gekocht und Pilzsauce und Gemüse nochmal extra für mich und Schweinefleisch für die anderen. Und ein Bekannter kam noch rüber und ja, war ein schöner Abend, so mag ich Geburtstag. Ja, kann man so sagen. Ich muss keine großen Partys feiern, wo die Hälfte der Leute nur kommt, weil es was zu trinken und was zu essen umsonst gibt. Ich bin dann lieber mit ein paar weniger Leuten zusammen und weiß, dass ich denen aber wichtig bin und die mir wirklich wichtig sind. Von daher ist mir das so immer lieber. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Und wie gesagt, beim...